Oh, kurz vergessen. Das Wichtigste zum Kommentaren kommentieren, der Kaffee. Wow, toll. Also das Ableton Live-Prinzip kopiert. Wie lange macht das Ableton schon? Ja, ich weiß ja nicht, wie lange das Ableton schon macht, aber die Matrix-Funktion gibt es jetzt bei Cakewalk seit Version 8.5, wo es noch Sonar hieß. Und das war, ihr habt es in die Kommentare geschrieben, das war im September 2009. Die Matrix-Ansicht ist jetzt nichts Neues und ich habe mich echt schon gefragt, wann wir so weit sind, wann es anfängt, dieses Apple-Android-Prinzip. Das habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Jeder von euch, der ein Handy hat, hat ein Android-Phone, dann dauert es nicht lange, dann kommt der erste iPhone-User, der sagt, oh, mein Android, das ist ja so scheiße. Sondern da gibt es natürlich auch die Android-User, die dann die Apple-User ankassen, dann mit OS X und Windows ist der gleiche Scheiße. Was habe ich jetzt gehört, dass Microsoft jetzt hier das Snippet-Tool eingeführt hat? Es gibt es hier bei Apple-Share seit Äonen. Ich finde es super, wenn ihr mit eurer DRW, ob das Ableton ist oder Cakewalk oder von mir aus auch Pro Tools, wenn ihr damit zurechtkommt, ist es super. Habe ich wieder mal ein Totschlagargument. Cakewalk kostet nichts. Im Gegensatz zu Ableton, wo man heute wieder 600 Euro latzt. Und wenn ich nur lang genug suche, bin ich mir sicher, dass Cakewalk ein Feature hat, das Ableton zum Beispiel nicht hat. Und um das geht es ja gar nicht. Es geht ja gar nicht darum, dass ich sage, alle Ableton-User und alle Pro Tools-User müssen jetzt auf Cakewalk wechseln. Ich biete lediglich eine Alternative an, weil ich weiß selber, wie schwer dieser Wechsel ist. Ich habe immer noch die Adobe Creative Cloud, für die zahlt 60 Euro im Monat. Aber es ist in Photoshop dabei, es ist in Adobe Premiere dabei, mit dem ich den ganzen Scheiß hier mache. Und eigentlich sollte ich weg davon. Und da ich ja eh schon mit Blender arbeite, Blender kann einen Haufen, kann auch Videoschnitt, aber ich müsste mich um einen arbeiten und diesen inneren Schweinehund überwinden. Und deswegen haben wir die Tutorials, dass wir euch das so einfach, so wie möglich machen. Wollte mein Projekt auf einen anderen PC mit Cakewalk abspielen, aber es kam die Fehlermeldung, Audio-Gerät konnte nicht erkannt werden. Das ist eine Fehlermeldung, die sagt mir jetzt zum Beispiel so gar nichts. Da wäre es ganz gut, wenn ich einen Screenshot dazu hätte, wenn du, wie du auch weitergeschrieben hast, dieses Projekt auf einem anderen PC jetzt öffnen möchtest. Dann würde ich immer empfehlen, mach ein Cakewalk-Bundle draus. Also bei Speichern unter, wähl ein CWB aus. Bertha, nicht Paula. Was ist dir schon mal so richtig schief gegangen? Da würde ich gerne ein extra Video dazu machen, weil da habe ich tatsächlich ein Projekt, das beschreibt quasi so meine größten Fehler, die ich in meiner Karriere als Produzent bis jetzt gemacht habe. Kurz gesagt, waren es zwei gravierende Fehler, die ich damals gemacht habe. Das Erste, ich habe mich nicht im Voraus bezahlen lassen, mache ich nie wieder. Und ich würde euch auch genau das Gleiche raten. Und zweitens, ich habe mich von diesem Kunden, der Gleiter, die so Noob war, mir diktieren lassen, wie ich dieses Projekt abzumischen habe. Seitdem ich das Update von Cakewalk installiert habe, bekomme ich manchmal den Kreis am Mauszeiger. Oben steht keine Rückmeldung. Ja, auch der Olli hat sowas ähnliches schon geschrieben. Das betrifft das Update 2022-11. Ich persönlich habe keine Probleme damit. Wenn ihr aber Probleme habt damit, habe ich einen Community-Tab erstellt. Da findet ihr einen Link zu einem Rollback. Da könnt ihr immer das letzte Update, das ihr installiert habt, rückgängig machen. Gibt es Plugins free und wie installiert man diese in Cakewalk? Liebe Grüße aus Wien! Ich habe dir schon einen Link drunter kommentiert. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, auf kostenlose Plugins zuzugreifen. Da wäre es zum Beispiel Voxango oder auch von Native Instruments gibt es kostenlose. Das ist Complete Start zum Beispiel. Da braucht ihr nur ein bisschen googeln und dann werdet ihr auch fündig. Aber vielleicht wäre es auch mal Zeit für ein Video über meine Lieblings-Plugins. Kostenlosen zumindest. Aber da habe ich nicht so viel. Beim Double macht es auch Sinn, dass man eine Aufnahme zeitlich minimal versetzt. Wo finde ich in Cakewalk diese Funktion? Da war ja nochmal was aus Halloween. Ja, diese Funktion gibt es bei Cakewalk. Die nennt sich Channel Tools. Ein ganz normales Plugin, das du in den Effect Track oder in den Pro Channel reinziehst. Und dann kannst du hier unten entweder Millisekunden oder sogar anhand von Samples angeben, um wie viel Millisekunden diese Spur oder der Clip zeitlich verzögert wiedergegeben werden soll. Aber Achtung, das kann zu Phasing-Problemen führen, vor allem wenn es zwei identische Tracks sind. Und wenn du dabbeln möchtest, empfehle ich immer, spielst oder singst zweimal hintereinander ein. Hätte sie wesentlich geiler. Trust me. Gibt es irgendeine Möglichkeit, den Aufnahme-Button von Cakewalk fernzusteuern? Also ich meine vom Keyboard aus. Da gibt es in der Tat ein paar Möglichkeiten, die günstigste und einfachste ohne irgendwelche weiteren Plugins zu installieren oder Dritthersteller-Software. Ich mache das übers Handy. Da habe ich ja bei meinem Windows-Rekner ist Remote Desktop immer schon vorinstalliert. Und dann hole ich mir auf meinem Handy die Microsoft Remote Desktop App und dann kann ich per RDP auf meinen Rechner zugreifen und kann den dann direkt von da aus steuern. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass du das über MIDI machst. Da gibt es so MIDI Remote Apps. Da muss ich aber dann die Software auf dem Handy installieren, muss ein Remote LAN MIDI Treiber auf meinem Rechner installieren und die konfigurieren und dann sind auch diese Programme oft nicht kostenlos. Und noch eine dritte Möglichkeit. Du gehst bei den Metronomeinstellungen, bei der Einzelzeit, gibst zum Beispiel 10 an, drückst Aufnahme und dann hast du 10 Takte lang Zeit, dass du vom PC zu deinem Keyboard gehen kannst, dich in aller Ruhe noch hinsetzt, dich vielleicht nochmal am Arsch kratzen kannst und dann geht es erst los. Ich habe da noch die Geräte gefunden, die standardmäßig nicht im Browser auftauchen. Tube Leveler, Vocal Strip und Percussion Strip. Ich habe überhaupt keine Ahnung, warum Cakewalk die standardmäßig versteckt. Vor allem im Vocal Strip, da ist ein De-Esser dabei, denn sonst habe ich ja kein De-Esser bei Cakewalk, nur dort drin. Aber das habe ich ja euch schon in diesem Video hier gezeigt, wie man das macht. Ja, und bis dahin, Bussi aufs Bacheberle und Servus.